so wir kommen zu einer neuen Aufnahme Session und ich werde sofort angegriffen verdient, hallo hallo Tobi gehst weg, geh weg, geh weg hast du noch was du hast es gemacht haben? Ich weiß, die Wollerfläche lebt noch ja wir wollten erst mal mir noch Herzen suchen gehen dir noch Herzen suchen gehen ist gut, ich habe auch nicht volles Leben oder uns noch Herzen suchen gehen da wollten wir noch ein paar Sachen gucken, dass wir die im Hardbound nicht mehr bekommen können dass wir die jetzt noch nehmen stimmt, das habe ich schon gemacht, wir haben alles haben wir alles? warst du schon wieder fleißig? ja ich habe ein bisschen geangert, habe dabei auch die AngelQuest abgegeben, dass wir bekommen wow wie geil wie kommt man, wenn man die fünfte AngelQuest abgibt beim Angler ok, cool ich habe wirklich Honigangeln, musste hier ein kleines Honigding gebaut oh geil ja Häuser müssen wir auch mal wieder bauen, ne? ich habe das Kürbispad bekommen aus den Kürbissen cool, wie geht man die runter? 0,001% Chance zu schocken, wenn man Kürbissen ernt das ist nicht klappt, ja cool und die haben, habe ich die alle bekommen aus den Kürbissen? ich hätte 2 oder 3 mal einen Lootmond ja das sind alle also was fehlt jetzt hier das ist die Rüstung vom Cyborg aber den Cyborg kam noch nicht freigeschalten warum nicht? in der Halloween Phase, ne? mhm ok, dann geben wir Gas, ne? gehen wir auf und der Traffining Merchant hat mir einen Umgang verkauft ja, ich sehe es, der sieht cool aus hatte ich das Jojo schon das letzte Mal? äh, weiß ich nicht sooo also ich muss noch ein paar Sachen farmen in der in, äh, im Dschungel wegen meinem Pot Dings da, für meine Mana Flower Mana Flower ja, dann gehen wir in den Dschungel herzen ja war da der Dschungel? ja, da war der Dschungel jaja, da war der Dschungel ja aber, ansonsten ist er tot abgesehen von Border Flash, oder? ich glaub schon, ja äh, ja, ich hab einen Kommentar bekommen vom ersten Video cool, dass ich den jetzt erst beantworte äh, er hat nach meinem Steam-Namen gefragt ähm, Alfarabio dann findest du nämlich schon unter Vollloop findet man den auch ja sehr witzig kein Witz Tatsache oah, gehst du weg, alter ach genau, falls ich das hier oder vor nicht weil ich weiß nämlich echt nicht mehr das ist das Cascade was du in der Unterwelt bekommst das droppen die Viecher in der Unterwelt ok ich glaub, das hab ich so gefarmen na doch, das hab ich so bekommen äh, da gibt's irgendwie ganz einfach einen Trick man nimmt sich einfach Statuen die fallen hier Gegners bauen ähm, keine Imp-Statuen, weil die eben umgegen Lava sind äh, schließt die mit nem Timer an tut den Lava reinbauen und lässt einfach die ganze Zeit die Viecher spawnen irgendwann und so so ne kleine automatische Farm richtig Deine 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 Weißt du, alles ist dunkel, man sieht nur deine, deine Haare ja, ich hab ne Farbe drauf ähm säurefarbe ok das wirst du jetzt im Superheld der Humang ist auch gefärbt eigentlich ist der rot ja wo ist denn schwarz gefärbt? nein Obsidian achso, dunkel die ne ja ok oh, da ist ein S-Trench plant neue Farbe wo war der Eingang, hier? ne ich brauch mich hier grad noch runter alter nein, das wollte ich nicht ich wollte das hier du brauchst die Tür gar nicht runter bauen ne, ich würd mich da nur runter bauen, weil ich da was gesehen habe ne Pflanze war das hier ne, nochmal eins weiter hast du eigentlich Antwort von äh, von Diablo bekommen? von Diablo bekommen? von Diablo bekommen? für? wegen den Lacks oder hast du gar nicht mehr geschrieben? ne, ich hab nicht mehr geschrieben, weil ja nichts mehr da war ok ja ne, ja hast du den Teaser von VRB schon gesehen? ja alter kann ich nicht mehr dran erinnern, weil ich das letzte Insel noch nach 15 Sekunden hatte ne, ja alter, ich freu mich so äh, auf der Blizzcom machen sie ja den ganzen Trailer ja, um 20 Uhr direkt eröffnet und was grad übrigens mega geknistert echt, schon wieder? ja ja, ich kauf mir sowieso demnächst ein neues Mikrofon der Lohn ist ja da du meinst YouTube Money? wa? du meinst YouTube Money? pfff, mit den 20 Cent ich muss die, ich muss die Hälfte sowieso noch abdrücken was? ja, wir nehmen jetzt die zweite auf ich kriege die Hälfte ab, was wir mit dem Projekt hier verdienen ach, die kriegt 70%? 70 nur ähm, ja ja, ja fuck nein, 50-50 70 du ich bin müde, lass mich ich bin mal müßlich, aber ich mein neues Mikrofon ja, halb 10 alter, ich hab den ganzen Tag gearbeitet, okay? und? ich hab Urlaub Fick dich ich hab mir auch Urlaub sollten nehmen oh gut, mir ist nicht wirklich Urlaub, muss man dazu sagen wa? ich hab nicht wirklich Urlaub, muss man dazu sagen was hast du dann? äh, Sonne-Underbringungsvorbereitung ah ich schreib nächste Woche 8 Prüfungen ja, ja und 8 Prüfungen einer Woche ist nicht so wohl ja, das haben wir ja, das ist letztes Mal noch gemacht denn wir haben noch keine Ebene Wagen und so ja den ist tief oh, oh ne, geschenkte Natur nein, das brauch ich nicht doch ist geschenkte Natur, was ich brauche? ja nice schlapps naaa und was brauch ich noch? und nen großen Mana Trank nen großen Mana Trank ja, den kann ich ja herstellen ja mit Bluey Mushrooms ja jetzt brauchen wir nur noch herzen welchen Leben hast du? äh, 130 äh, 300 340 boah, das geht ja überhaupt nicht mehr heute 340, das heißt du hast jetzt noch 3 Stück hast du dir deine Videos angeschaut, wo du dir das hingetan hast? nein, ich hab's nicht mehr wiedergefunden ah, das bestimmt gar keine ne, das Problem war, ich hatte es und dann haben wir ja eine Aufnahmepause gemacht und da haben wir schon ein bisschen einsortiert in der Aufnahmepause, deswegen finde ich es nicht mehr wieder es ist, muss ich ach genau, ich hab die Kisten sortiert stimmt, das hab ich noch gemacht und dass mein Dings nicht gut zumindest zumindest weit ne, da war keine Herzen zumindest, ähm fast alles also ich hab noch nicht alles einsortiert damit es meistens einsortiert oh, hier ist der Dschungeltemper stimmt, der war in der Wasser, gell? ja, ich hab auch die, ne, ja, ich hab die Neckung jetzt aus ne, hier geh ich raus, hier geh ich aus der Links raus gehen wir mal wieder zurück hier kommt wieder der Dschungel da kommt der Motorboil äh geh weg, geh weg, geh weg oh, alter ne, der geht aus dem Dschungel raus ja, läuft's ah ja, die Herzen können ja überall sein dich, nur die Live-Foot, nicht? die Live? Hartmut nachdem wir den ah ja, das, ja, ja, ja ich hab ein Herz gefunden nice ahhh ja, richtig gesehen hab ich keine Fackeln dabei? warum nimmt der den Ghostick in die Hand? ich weiß nicht, in was du stehst ne, hier ist kein Wasser ich hab echt keine hast du Fackeln dabei? ja, ja, ich geb dir mal die Hälfte hm, bisschen mehr als die Hälfte, aber egal wieso bring's fast tot? ah, wof alter Kaffee der Moss hast du ne Spel, Spelunkot Potion dabei? hm, hm, warte, hab ich welche im Schwein? hm, 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 hm ja wo, mu, hu, hu ich muss meinen Schwein auch mal leer machen das hat's Kristallchen auf da dritte mal mit dem Schwein an den Terrarian wahrscheinlich nicht vor Dezember weiß ich nicht erst mal seit Helmin vorbeigehen Helmin geht ja noch bis zum 10 Oh ne Jellyfish Tattoo ich hab alles mit eingepackt na ne Waffe was ist das ist die Waffe die ich gerade bekommen habe ist keine Waffe ist ne Phleogon ah cool da und ist ne Medusa ja ich hab's gerade gesehen ok die Medusa ist tot da ist jetzt irgendwo Marble Biom äh ich kann nix looten du hast auch schon die mit Raketen verbundene Schuhe gell hier hier ist das Marble Biom Nya Alter uh du hast es gerade gesehen ich komm mal rüber hab ich ja hab ich alter ja glaub ich hier besser genau ja tschüss du hast ja auch schon die mit Raketen verbundene Schuhe ich kann mal da reinballern da treffe ich ja irgendwas nein boah du knisterst wieder ja dass wenn ich wieder am rumschreiben bin ja wie gesagt ich müsste mir ein anderes entweder ein anderes äh Mikrofon kaufen oder ein anderes Mischpult ich glaub ich erst mal ein anderes Mischpult du hast noch was in der Küste oh ne Bumpfstatur verdammt ich kann nix aufnehmen du hast die Bumpfstatur mitnehmen äh wenn das so weitergeht kann ich auch gleich nicht mehr mitnehmen ich hab noch bisschen Platz jetzt äh ach genau schau mal was auch Bombe von Party Girl gekauft und den hier ja ja oh hat das gerade geleckt geh weg ah geht nur ha was aber an alter der ist vor allem rumlecken ja das hier kann man noch brauchen der Matsch der kann auch weg und du hast da ein Geschenk dir der Tour jetzt Moment Ich hab's irgendwo wahrscheinlich Nein 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 Das ist so eine blaue Blume glaube ich Genau genau Eine blaue oder eine rote ist Eins von beiden Gibt beides Ja geschenk der Natur genau Redest du Mana Nuss um 6% Das hab ich jetzt Also ich mach ich nehm die Spelinkort Potion Den Höhlenfroschertrank Und ich mach mich durch die Wände durch 4 Stück brauchen wir ja noch Am besten noch ein bisschen mehr für Ähm Dingsda Weißt du was ich meine? Für Dingsda genau Da tun Nicht da tun sondern Alter Okay ich hab wahrscheinlich nen Bug entdeckt Ich seh mich nicht mehr Ne immer wenn ich aufhöre mit Kramen Bin ich unsichtbar What? Ah ich hab nen Unsichtbarkeitsdruck genommen Ehh Idiot Das wenn man auf B drückt Dann hat nen Bug entdeckt Mhm Unsichtbar 3 3 Das ist für mich nen Bug Oh Gott Oh Gott Brauchen wir aber das Video? Ne Keine Ahnung Da unten in diesem Pilzbjom Hm ich sehs Geht das noch Kommные Schneller 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 Puh Krass das Stoffen Jetzt aber säufst du Ich überflute alles Ja, ich war So, da kommt noch mehr Wasser Ah ja, du Scheiße Bist du Gold aus? Äh, Kopf vor Kopf vor Oder, geh weg Oh, da hinten ist Gold, so wie es aussieht Ah, ich hab mein Herz gefunden, nice Alter, für die Für die meisten Folgen habe ich den Namen Buddelen Irgendwas mit Buddelen drin Oder Suchen Alter Ja, wenn wir Angst auf nichts geschissen bekommen haben Ja Aber wenn wir auch nichts gefunden haben Jo Hallo Oh, da sind wieder Gleise Ich frag mich noch immer, wo meine zwei Herzen aber geblieben sind Warum haben wir nicht in der Aufnahme aufgeräumt? Weiß ich nicht Alter Alter Ja, du hast wahrscheinlich noch mal zehn Folgen hattest die aufräumen müssen Ja Noch mehr Noch mehr Gold, Juhu Schrieben hat Nice Video, den verstehe ich auch nicht, ich glaub der ist auf Drogen Ähm Ja Ja, war so an sich alles Und dein Typ, der mich noch einen Steam-Namen gefragt hat Wie sagt Ich hab mich noch einen Steam-Namen gefragt, der will schon mit dir zusammenspielen Ja Ich glaub mich noch mal nach deinem Steam-Namen gefragt hat Er hat nur geschrieben, dass er Er will schon mit dir zusammenspielen Ja, er spielt halt Er hat 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 da hat er sich für die Sonne gewahrt Sturzowitärer gefahren ich sag die ganze Zeit habe du bestehst drauf ja 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 wenn ich nicht aufpassen ich hab immer mit was man das direkt mal runter macht nur ein cooles Geräusch wenn es in die Luft geht so wut wow i wanna run away i wanna run away anywhere out this place i wanna run away just you and I i